Wir kochen fix mit dem Rosen, und zwar Kabeljau mit Blumenkohl und Spinat. Und das ist so ein richtiges, wirklich Fix-Gericht. Kann man auch ohne Fisch essen, aber in der Kombination wirklich sexy, weil so habt ihr es bestimmt noch nicht gehabt. Das Rezept gibt es übrigens hier oder in diesem Buch. Wir nehmen ein bisschen Olio. Wir nehmen uns hier ein Stück Kabeljau. Da können wir auch zwei nehmen. Salze ich das Ganze etwas und brate ihn hier schön an. In der Zeit, wo der Fisch brät, nehme ich ein bisschen Öl. In meiner zweiten Pfanne. Dann habe ich mir hier ein bisschen Blumenkohl vorbereitet. Schneiden wir den nochmal in der Pfanne so ein bisschen durch, wenn wir die Stückchen ein bisschen zu groß sind. Das ist up to you. Fisch wird umgeregt. Schneiden wir etwas Knoblauch. Geben den Knoblauch dazu. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Tamari-Sauce. Hier. Honig. Und wälzen unseren Fisch jetzt in dieser Honig-Knoblauch-Tamari-Marinade. Umdrehen. Beiseite stellen. Und ziehen lassen. Jetzt habe ich hier diesen Blumenkohl. Ihr seht, ich salze ihn etwas. Pfeffer hinzu. Und schmecke das Ganze mit Senf ab. Etwas Wasser dazu. Und jetzt kann ich den Senf schön auflösen. Und jetzt gebe ich hier einen rohen Spinat hinein. Ungezuppt. Und jetzt welken die Blätter hier sehr schön in der Wärme. Alles klar. Und schon können wir anrichten. Wir geben hier unser schönes leckeres Gemüse hinzu. Schaut mal, wie es lecker und schön ist. Und jetzt gehe ich hin und habe mir meinen Fisch, den ich hier abziehen lassen, und richte ihn hier richtig schön an. Ein bisschen noch von meinem Fond hier oben drauf. Sehr schön. Ganz hauchdünn geschnittener Zwiebellauch. Säure, guck mal hier. Kabeljauern mit Blumenkohl und Spinat. Bisschen asiatisch, aber fix vom Rose. Viel Spaß.